Moin Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu New Super Mario Brothers, Wihi! Wir waren stehen geblieben in Welt 6, die sehr hoch hinauf geht, wie man wunderbar sehen kann. Und haben da auch schon 2 Level abgeschlossen. 6 Level warten noch. Sieht tatsächlich größer aus, als sie hier ist. Und wir müssen jetzt 6-2 machen, 6-3 haben wir schon abgeschlossen. Und dann gucken wir uns erstmal den Miniboss von dieser Welt an. Here we go! Bis jetzt kein Part ohne einen Death. Das ist sehr traurig. Ich glaube, im ersten Part bin ich glaube ich noch nicht gestorben. Ich glaube erst im zweiten. Im zweiten oder im dritten bin ich gestorben. Und aus dem Grund, das ist doch schon eine ganze Zeit her. Wir sollten uns bemühen, mal wieder einen Part hinzulegen, wo wir nicht sterben. Und das Traurige ist ja, meistens bin ich einfach nur extrem dumm gestorben. Wo ich selbst nicht verstehe, warum ich da gestorben bin. Ich bin halt einfach gestorben. Und aus dem Grund, wie wär's? Ein Part ohne Tod? Ist das mal drin? Ist heute der letzte Part, den ich aufnehme? Meine Aufnahme-Session. Aus dem Grund, das wär natürlich noch verlockenderer. Und dann sieht man mal wieder die drei Parts, die ich in der Aufnahme-Session aufgenommen hab. Da ist der Skill immer mehr und immer mehr geworden. Aber gut, garantieren kann man nichts. Du kommst runter. Meine Güte, nein! Komm! Nein! Verdammt! Der Wahnsinn. Ich würd gern hier einmal aufmachen. Jetzt ist die Frage. Ich will den Checkpoint eigentlich nicht einsammeln. Ja, genau. Ich wollt eigentlich nur, dass du dich auflöst. Dankeschön. Nein, nicht respawnen! Nicht respawnen! Nicht respawnen! Töte mich nicht! Wir wollen den Part ohne Death. Heute ist der... Heute ist der... Der Death-Lostag. Ja. Ich weiß, der hört sich seltsam an, aber genau so wird der genannt. Lass mich in Ruhe! Ich hab euch nichts getan! Lass mich in Ruhe! Hier ist ein One-Up. Für alle, die... noch keine 99 Leben haben. Du kommst auch runter. Aber du triffst mich nicht. Die Gumbas! Spielen wir ein bisschen vorsichtiger. Ah, jetzt hätte ich hier natürlich eine Eisblume gebraucht. Unglaublich. Komm! Dann muss ich mich ja schon wieder umbringen. Außer ich krieg jetzt eine. Ich glaub, hier ist sogar eine. Ne, hier ist ein Stern, glaub ich, weiter unten. Ja, nächste. Wunderbar. Hier ist ein Stern, ne? Denke ich. Genau. Warum auch immer hier ein Stern ist. Ich hätte nur gerne eine Eisblume. Mehr will ich nicht. Ja, eine ist entkommen. Egal. Die drei würde ich noch gerne umbringen. Wunderbar. Weil dann beim Zurückgehen haben wir da weniger Hindernisse. Meine Güte. Das war riskanter als gewollt. Aber letzten Endes hat er... Oh. Oh. Hat er das gerade gesehen, was da verschwunden ist? Eine grüne Röhre. Das ist verlockend. Aber ich würde doch zuerst liebend gerne Starcoin Nummer 2 holen. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir uns da nicht sinnlos treffen lassen. Here we go. Wunderbar. Starcoin Nummer 2 gehört mir. Und jetzt auf zu Starcoin Nummer 3. Die haben wir ja gerade eben gesehen. Die dürfte sich hier in der Röhre befinden. Bis jetzt noch kein Tod, aber leider sind schon wieder 5 Minuten des Parts rum. Fiebert fleißig mit? Fiebert ihr fleißig mit? Ob ich es schaffe oder nicht? Wäre interessant zu wissen. Aber genauso. Gerade. Vielleicht wettet ihr. Vielleicht guckt ihr gerade mit eurem besten Freund oder so. Ich denke zwar nicht, aber vielleicht wettet ihr. Schafft ihr das jetzt hier oder nicht? Für was bist du? Ich bin für den anderen Tat. 10 Euro. Könnte ja sein. Wo bleibt die Röhre? Hier kommt sie. Das Warten nehmen an den Drehrädern. Das verstehe ich nicht. Manchmal kommt das so kurz. Also kommt die direkt und manchmal kommt die irgendwie nach Ewigkeit nicht. Aber gut. Ist in Ordnung. Scheiße. Egal. Wir brauchen sie nicht mehr. Die Eisblume. Und damit heißt es nur noch ans Ziel. Komm, dann kriege ich wohl hin. Das ist kein allzu großes Risiko. Here we go. Da oben ist ein Pow. Was ist das? Wisst ihr was? Ich bin weg. Tschüss. Tschüss Hammerbruder. Nein, da ist noch ein Spiny. Du kriegst mich nicht kleiner. Du kriegst mich nicht. Huah. Heute nicht, mein Kleiner. Heute nicht. Heute ist der Death-Los-Tag. Mario-Time. Ja, und wie gesagt, zum Glück habe ich dort andere Level im letzten Part gemacht. Denn dieses hier hat definitiv länger gedauert. Das wusste ich. Und ein Pilz. Wir wollen nämlich Death-Los bleiben. Nächstes Level. Here we go. Genau. 6-4. Ein Yoshi-Level, wie man schon an der Overworld erkannt hat. Denn da waren wir die typischen Yoshi-Bären. Und anscheinend auch ein Monty-Level. Ich mag Monty's. Die sind knuffig. Und das war nicht so knuffig von euch. Mir direkt meinen Propeller-Pilz wegzunehmen. Yoshi, hilf mal mit. Ich brauche mir einen Propeller-Pilz, weil ich zu doof war, den einen aufzuheben. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht nicht so toll für dich. Und so weiter. Aber es ist halt scheiße. Ich bin halt schlecht. Ist, glaube ich, nichts Teues für dich, Yoshi. Aber ich gebe heute mein Bestes, Yoshi. Ich werde ihn nicht umbringen. Ich werde ihn nirgends in eine Schlucht werfen. Ich verspreche es dir. Du kriegst mein Ehrenwort. Das wird hoffentlich drin sein heute am Death-Lost-Tag. Was ist das? Oh, okay. Bildet einen Weg. Ich stehe mich zu einer Star-Coin. Heißt, da bemühe ich mich ein bisschen. Leg los. Hier. Hier ist ein... Ein One-Up nur. Was will ich mit einem One-Up? Hätte ich auch so bekommen durch die Bären, die ich eingesammelt habe, glaube ich. Keine Ahnung. Also, sinnlos. Was haben wir hier unten noch? Ich will ja nichts verpassen. So, Monchi-Maulwürfe schmecken ja auch ein bisschen lecker. Die sind zwar roh, ungegrillt, aber... Yoshi ist alles. Yoshi ist ein Allesfresser. Der hat leider nicht bekommen. Der hat lieber Suizid begangen, aber... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Was ist besser? Sterben oder von dem Tino gefressen werden? Ich glaube, der Verdauungsprozess ist qualvoller. Wie dem Osei. Da unten ist was? Tschüss, Yoshi. Ich konnte mein Versprech nicht halten. Da war Marios Leben wichtiger. Es tut mir leid. Egal. Es tut mir leid. Ich hoffe, du hast dir nicht alle Rippen gebrochen. Aber immerhin habe ich dir bei der Mahlzeit geholfen. Jetzt musstest du in kein Restaurant gehen und dir was zu essen kaufen. Dank Mario. Siehst du? Es ist in Ordnung. Bittes hat dich böse. Ich mache das jetzt auch ganz sicher nicht mit deiner Freundin. Weil die ist gelb. Deswegen ist es eine Frau. Da mache ich definitiv nicht dasselbe. Warte mal. Ist die gerade verreckt? Nein. Die ist auch wieder verreckt. Meine Fresse. Ich dachte, ich kann die da ganz stillig abstellen, weil das nicht irgendwie reagiert. Aber dann ist die auch tot. Eiskalt verreckt. Warum? Es tut mir leid, Yoshi. Es tut mir leid. Ich wollte das nicht. Immerhin können die Kinder noch eine neue Familie gründen. Der blaue und der rote oder wer da sonst noch dabei ist. Irgendeiner von denen. Meine Güte. Das wollte ich nicht. Wie denn auch sei. Jetzt gucken wir uns einen Miniboss an. Und das sind keine Piranha-Pflanzen hier in den Röhren. Die waren ja schon mal die Minibosse. Und zwar in Welt 5. In Welt 6 sind es die fiesen, fiesen Kugelwillis hier. Und zwar jeder einzelne. Und aus dem Grund kann man hier in Welt 6 definitiv am besten Pilze sammeln. Weil es geht auch relativ flott hier alles einzusammeln. Und die Kugelwillis treffen einen noch relativ selten. Also wenn man hier reingeht, dann hat man eigentlich keine Probleme. Und man kriegt auch noch massig One-Ups. Also, ne? Wenn ihr Pilze Note habt, geht da rein. In diese Level. Spawnen auch immer wieder neu. Nicht so wie auf den anderen Overworlden, wo man dann ein bisschen warten muss. Nein, hier kommen sie immer. Ja, und das dürfte der gute Morten sein. Bin mir nicht sicher, aber ich denke, ich hab das gerade eben gelesen, als ich nochmal den Kommentar durchgeguckt hab. Von den 7 Kuperlingen, wann die kommen. Ich glaube, das war der gute Morten. Hier in der Welt. Und der hat hier ein großes Teil. Ich weiß nicht, wie viel die Produktion gekostet hat, aber jeden das seine. Jeder soll das tun, was er am liebsten machen möchte. Das war nebenbei erwähnt gerade total knapp. Und ich hätte ungern die Eisblume. Denn der Propellorpilz ist hier definitiv von Vorteil. Ich möchte außerdem hier rüber. Wegen ein paar Münzen. Ich hab mich umentschieden. Der Propellorpilz ist hier doch nicht von Vorteil. Ich nehme doch liebend gerne auch die Eisblume, liebe Spiel. Macht mir absolut nichts aus. So, das ist ein Wartekastle. Hier müssen wir ein bisschen warten. Das merken wir schon. Ist jetzt... Ein Geduldsspielchen mal wieder. Jeder weiß, wie ich so... Geduldsspielchen stehe... Stehe... Ja, stehe. Nicht stehle. Was wollte ich da gerade sagen? Egal. Ja. Starcoin Nummer 1. Ich wusste doch, dass hier irgendwo eine Starcoin ist. Aber es ist auch ein bisschen auffällig, ne? Weil die Wand hier nicht so... Es ist so ein klein bisschen eingeschoben, die Bausteine. Das wird sogar der böse Wolf mit seinen Husten und Pusten umwehen. Das Gebäude hier. Wenn man sich hier in den Gebäuden von Mario versteckt... Ich denke, dass es auf den ersten Blick unsicherer ist, wenn man sich direkt auf der Ohrgold von Mario verprügeln lässt. Aber wie gesagt, jedem das Seine, ne? Mir kann es ja egal sein. Ich bin hier drin safe. Beziehungsweise mache ich auch nicht meine Mütze auf. Eigentlich ist er hier drinnen noch unsicherer als sonst. Wer weiß, wie alt dieses Gebäude hier schon ist. Aber ich stelle hier wieder Thesen auf, dass es der Wahnsinn... Ne? Der Wahnsinn, was ich da wieder für Thesen aufstelle. Ich hätte vielleicht doch zuerst die Starcoin nehmen sollen. Weil dann wäre die wenigstens abgesichert gewesen. Naja, jetzt ist es zu spät. Aber auch egal. Dann haben wir hier wieder endlich mal einen Power-Up. Wird aber auch langsam mal Zeit. Ja, jetzt kriege ich hier zwar nur wieder einen One-Up, aber wir können es ja mal versuchen, da zusammen zu bekommen. Ich denke zwar nicht, dass es klappt. Okay, der hier ist ein bisschen größer. Ein bisschen länger. Das bedeutet, da geht es noch eine ganze Weile bergauf. Und ich denke, die hier, die schießen mich hoch. Da müssen wir aber ein bisschen der Timing abpassen. Die Röhren finde ich ja immer genial. Indem man reingeht und dann biegen die sich so und dann schießen die einen hoch. Die finde ich so cool. Ist ein total cooles Gimmick. Finde ich mega. So, jetzt müssen wir das auch noch mit den Dingen hier abpassen. Aber ich denke, so dürfte das hier halbwegs glatt laufen. Meine Güte. Und ich glaube, jetzt habe ich hier den größten Blödsinn aller Zeiten gemacht. Und da bringe ich mich um. Da bringe ich mich um. Da starte ich lieber vom Checkpoint aus nochmal neu. Ist besser. Geht schneller. Müsst da nicht so lang zugucken. Beziehungsweise ich muss weniger spielen. Schließlich habe ich gleich einen One-on-One im Livestream zu machen. Und aus dem Grund... Mach was lieber so. Here we go. Die dürften mich gleich treffen. Die dürften nämlich gleich hochgeschossen kommen. Das ist immer so. Sehr fies, Nintendo. Aber man will mal machen, ne? Ist halt nun mal so. Verdammt. Jetzt brauche ich sogar die roten Münzen. Ich sage jetzt, soll ich dafür, dass ich die roten Münzen das Risiko eingehen, getroffen zu werden? Ich denke, ja. Ich denke, dass man das soll. Komm, runter, 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 runter. Wunderbar. Jetzt ist die Feuerblume nur leider da oben. Wo sie mir wenig bringt. Immerhin bekomme ich einen Applaus. Schaffe ich das? Ohne getroffen zu werden? Wunderbar. Wunderbar. Und da passen wir auch wieder wunderbar ab. Da muss ich nur gucken, dass ich dann nicht da hoch springe. Das war aber auch extrem dumm, was ich da gemacht habe. Weil ich glaube, das hätte jeder erahnen können, was geschieht. Äh, komm, rüber, 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 rüber. Wunderbar. Wir klettern hier hoch und holen uns letzten Endes hier die Starcoin. Da wurde ich leider zweimal getroffen. Ist auch egal. Ich denke nicht, dass mir der gute Morten, dass mich der relativ oft treffen wird. Da dürfte der kleine Pilz hier auch reichen. Und dann ein Level noch dürfte sich in dem Part noch ausgehen. Und beim nächsten Mal werden wir dann auch die Welt hier schon wieder beenden. Das geht immer so flott. Das geht Schlag auf Schlag. Da dürften wir ein Part. Höchstens 25 Parts wird der Let's Play haben. Bin ich mir ganz sicher. Und auch hier hat er diese komischen Dinge angebracht zeitlich. Aber auch das. Kein Problem. Die kommen auch extrem langsam runter. Also ich denke nicht, dass wir hier irgendwelche Probleme haben. Das Einzige, was man aufpassen muss beim guten Morten, ist die Stammfattacke, die da eine gute drauf hat. Denn die Stammfattacke, die betäubt einen. So wie der gute Typ in Welt 2. Ich weiß nicht, wer das war. Und letzten Endes hat dann halt nochmal so ein Laserstrahl drauf. Aber das ist nicht so einzigartig. Das hat jeder Kuperling. Das haben wir auch schon draußen mal gesehen. Und bevor ich da ein Risiko eingehe, bringe ich ihn lieber schnell um. So. Wunderbar. Nächstes Level beendet. Und jetzt haben wir hier ein chilliges Strandlevel als nächstes vor uns. Mit Secret Exit. Meine Güte. Eigentlich will ich dort ungern in den Part reinpacken. Aber gut. Anscheinend wird es halt leider reinkommen in den Part. Mit Secret Exit. Ja. Kommt definitiv rein. Aber wir machen zuerst hier das Itemhaus. Und dann gucken wir beim nächsten Mal. Vielleicht ist der Secret Exit ja auch ganz leicht versteckt. Und dann kann ich beim zweiten Mal einfach durchrushen durch das Level. Dann pack ich dort auch noch mal in den Part rein. Aber an sich, ich denke nicht, dass wir das in vier Minuten hinkriegen. Zwei Secret Exit und so weiter. Und jetzt hier das Spiel hier dauert halt auch noch ein bisschen. Ich würde gerne noch einen zweiten Minipilz zusammenbekommen. Der ist doch sehr hilfreich. In der einen oder anderen Situation. Aber ihr seht, ich habe wieder hier die Glückssträhne schlechthin ausgepackt. Ja. Das ist... Entweder ich kriege ein Item oder ich kriege gar keins. Mehr kriege ich einfach nicht. Es ist der Wahnsinn. Naja. So, liebes Level. Bitte quäl mich nicht bis zum Abschlag. Das will ich nicht. Drei Minuten. Oh, heilige Scheiße. Da habe ich mir ja nochmal... Da habe ich mir ja wieder was ausgesucht. Auch für den Part. Der Wahnsinn. Und zwar... Der springende Fisch. Ist nicht so schlimm wie der Instant-Kill-Fisch in Super Mario Bros. Aber ist trotzdem... Also in Super Mario Bros. 3. Aber ist trotzdem auch eine Qual dieses Vieh. Den will man definitiv nicht im Meer treffen. Ja. Definitiv nicht. Ein Wahnsinn, was das für ein Nervbolzen ist. Ein nerviger Geselle. Und ich glaube, der kostet mich jetzt auch hier meine No-Death-Day. Ich hätte wirklich den Part nicht starten sollen. Ja. Hätte ich wirklich nicht. Hör auf! Will ich nicht. Ich will nicht sterben. Lass mich einfach hier durch. Und dann naht sich die Sache. Aber gut. Wir sind ja jetzt auch schon hier in schweren Leveln. Das ist selbstverständlich, dass das hier nicht mehr einwandfrei funktioniert. Aber so ein trauriger Tod, wo ich dann einfach runterfalle, den will ich auch nicht. Ist hier irgendwo eine Ranke? Ich habe irgendwie in Erinnerung, dass hier eine Ranke ist. Aber anscheinend... Doch nicht. Das wollte ich nicht. Aber er ist ja wenigstens gerade für kurze Zeit weg gewesen. Das fand ich doch sehr human. Sehr freundlich. Und da habe ich ihn umgebracht. Wunderbar. Das kommt mir gerade auch sehr gelegen. Die enge Passage hier. Ja, die können ich mir schon nervig vorstellen, wenn der gute Typ noch am Leben wäre. Ist er aber nicht. Und... Jedoch... Ist das so ein Gegner wie der Lucky 2? Der denkt sich immer einfach so... Ja, du hast mich schon gekillt, aber... Ich komme trotzdem wieder. Da... Kannst du mich... Mal. Und wie gesagt, ich habe in Erinnerung, dass hier irgendwo... Eine Ranke ist. Und ich weiß, glaube ich, auch wo. Und zwar jetzt hier. In der Mitte. Und das ist so fies. Ich hasse diese... Unsichtbaren Ranken. Welcher Entwickler ist darauf gekommen, diese Dinge einzuprogrammieren? Das ist... Grauenhaft. Aber hier dürfte der Secret Exit sein. Das heißt, ich kann halbwegs durchbrushen. Fehlt da noch eine Starcoin? Moment. Ich nehme alles zurück. Wir können komplett durchbrushen durch das Level. Natürlich sollten wir trotzdem ein bisschen aufpassen. Denn dieser böse, böse Fisch, der könnte uns noch den Death nehmen. Ich habe ja einen Self-Kill gehabt jetzt in dem Part, aber bis jetzt noch kein Death, der passiert ist, weil ich zu schlecht gespielt habe. Und so sollte es ja auch bleiben, bestenfalls. Aus dem Grund ein bisschen Vorsicht. Wir könnten auch schon zum Finale. Aber komm, das eine Level, was da mich noch vom Finale trennt, das kriege ich auch noch hin. Das ist kein Problem. Da drüben ist nämlich noch ein Cave-Level, aber das war es dann auch. Und das Cave-Level, meine Güte, Leute. Dieses Cave-Level ist der Hammer, denn ihr glaubt mir gar nicht, wie man dieses Level skippen kann. Da gibt es nämlich auch einen Secret Exit. Wir werden uns nämlich zuerst den Secret Exit und alle drei Starcoins holen. Und dann, meine Freunde, dann holen wir uns den normalen Ausgang. Und da zeige ich euch, wie man dieses Level perfekt skippen kann. Und ich habe jetzt hier auch einen Stern eingesetzt, weil ich mir gedacht habe, ja, wir rushen ja so oder so durch. Und warum nicht einen Stern, ne? Dann kommen wir wenigstens ein bisschen schneller vorwärts. Ich will ungerne die Parts überziehen. Aber wir überziehen jedes Mal, weil ich halt hier immer was erreichen möchte in den Parts. Versteht, da versteht man mich ja wahrscheinlich auch. Wäre ja langweilig, wenn ich in den Parts immer nichts erreiche. Du hättest ruhig den Cooper Shell berühren können. Aber ist auch so in Ordnung, ne? Ich nehme es dir jetzt nicht übel. Wenn du jetzt dich nicht treffen lassen wolltest. Ist nicht so wild, Bobby. Ja, also auf Sammelkarten steht immer Bobby als Charakterbeschreibung. Denn das ist der gute Bobby. Ja, der Wahnsinn, meine Erklärungen. Und ich denke langsam, aber sicher wird es zu viel. Wir beenden das hier und sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschö, tschö, euer Ultra. Oh yeah, Mario time! Oh! 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 Bis zum nächsten Mal.